Jetzt haben Sie gesagt, das waren ja nur Empfehlungen und Ersuchen. Und jetzt bin ich vollends verwirrt, weil die letzten Wochen sind Berichte eingetrudelt von Menschen, die auf der Straße von Polizisten angehalten wurden, gefragt wurden, was sie denn machen, wohin sie gehen, weil es gibt ja nur drei oder vier oder fünf oder sieben Gründe, das Haus zu verlassen. Ich bin verwirrt, weil wissen Sie, weiß die Polizei, dass es Ersuchen waren und Empfehlungen waren, wissen, dass die Polizisten die Strafen ausgegeben haben von 500 Euro, wenn man auf einer Parkbank gesessen ist, war ja nur ein Witz, war ja nur eine Empfehlung und ein Ersuchen der Bundesregierung. Aber wir nehmen es halt nicht so genau mit den Gesetzen und der Verfassung, das sind ja juristische Spitzfindigkeiten. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, nachdem wir die Menschen vor der Gefahr um ihr Leben geschützt haben oder sie sich selbst, ist es auch unsere Aufgabe, Menschen vor der Arbeitslosigkeit und Armut zu schützen.